Mit Kabel ins Internet? Ist das nicht ein bisschen steinzeitlich? Und über den Handy-Tarif vielleicht etwas langsam, teuer, unsicher? Zum Glück gibt's an der Uni WLAN. Aber welches nehme ich nur? Am besten nehmt ihr Adroam. Das ist komfortabel, das ist sicher. Vor allem aber, ihr könnt es auch an vielen anderen Unis nutzen. An der THM und zum Beispiel auch im Ausland. Und bei uns fast überall in der JLU. Natürlich in allen Bibliotheken, in den Cafeterien, in den Hörsälen und vielen Seminarräumen. Und wie komme ich da jetzt rein? Das ist ja bei jedem Handy, Tablet, Laptop und bei jedem Update schon wieder anders. Schau einfach mal hier.